Na Leute, wie geht's euch? Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Ich habe Paletten auseinandergekloppt und zu neuen Paletten zusammengenagelt. Ich habe Bäume eingepflanzt, dafür musste ich Löcher graben in der knallen Sonne. Ich habe mit dem Laubbläser Hallen sauber geblasen, Verandas abgeblasen. Ich habe Pferdetröge mit dem Hochdruckreiniger von Algen befreit. Ich habe wieder mal einen Computer reparieren müssen, hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ich habe Grasfetzen vom Feld gesammelt und über den Zaun geschmissen, Plan zusammengefaltet und auf den Dachboden gebracht, Feuerwerk und Essenszeug durch die Gegend geschleppt, die Bude geputzt, Wäsche gemacht, mich um Hühner und Hunde gekümmert, Essen gekocht und was weiß ich nicht noch alles. Und jetzt bin ich richtig fertig, ich war schon duschen. Und das ist eine der Sachen, die mir hier auch mit am besten gefällt. Jeden Tag heißt duschen, das ist so geil. Musst du aber auch nach so einem Arbeitstag. Und jetzt ist Feierabend, ich habe keinen Bock mehr, das war es für heute. Ich mache jetzt aus, schneide noch schnell das Video und dann gucke ich mit Anika noch ein bisschen Serien und dann geht es aber ins Bett, damit wir morgen gebührend dem Internet-Samstag und Internet-Sonntag-Wochenende suchten können. Und wie immer zum Schluss, wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal eine Bewertung da, freue ich mich super drüber. Abonnieren nicht vergessen und auch morgen wieder einschalten. Bis dann, ciao!